noch mal sieben und dann werde ich jetzt den schimmer freischalten dann ist alles wieder unter kontrolle gott mal gucken was schocker jetzt hier anrichtet jetzt haben wir können schwieriger werden wieder einzufangen als letztes mal das ist das problem gott gehen wir rein und schocken ihn vielleicht ein bisschen da ist er lang nicht gesehen ich bin zwar kein anwalt aber das verstößt bestimmt gegen die bewegungsauflagen dann halt boxen die handschuhe sind jetzt voll digital was wie du meinst du willst kämpfen kämpfen wir wenn ich dich wieder einbuchte können wir endlich das ist ansicht sache ich meine gibt es standard werte wie viel man so reden sollte und wer bestimmt das idealverhältnis zwischen reden und nicht reden und wie würde man das überhaupt messen was ich finde manche leute reden nicht beispielsweise darüber wer denn kann man nicht drüber reden okay ich glaube das heißt wohl nein oder hey fang ich habe deinen trick rausgefunden raus damit dann helfe ich dir ich weiß es nicht weiß dass es nicht geht hörmann das verstößt ja gegen das superheldenkodex ist mir leid ist mir leid drei was ach komm hermann wirklich ich habe mir so viel mühe gegeben das ist nicht lustig sag mir für wen du arbeitest dann beschaffe ich dir ein deal wenn ich rede bin ich tot die verstehen ja keinen sport was ist denn ein veraufhaltsgeber hallo ich bin es wieder verstehe ich nicht hörmann seit wann hast du angst vor anderen menschen denke das witzig bei menschen unter den masken könnte ja alle sein moment sagtest du masken ich glaube ein gespräch würde ja helfen als den trick das ich meinst du diese masken typen wofür brauchen die denn das geld ich weiß nicht ist mir egal das ist doch hier verschwinde ich es ist nicht egal bleib still frag nett dann vielleicht und wenn wir vielleicht nicht verspricht um zu bringen jetzt reicht's ich hab dich besiegt gib auf dann können wir dir helfen niemals du hast ja keine ahnung wow ja du ehländer okay letzte chance aufzugeben dieses mal meine ich es ernst was soll ich jetzt machen okay das war aber alles spaß jetzt ist deine letzte letzte schoss wirklich scheiße das hast du dir nur selbst eingebrockt dieser hermann ich meine ich hab den boss kann man sich schon auf youtube mal gesehen und so dieses es war glaube ich der bosskampf was ich der der gezeigt wurde wie bosskämpfe ablaufen im spiel ist oder einzige den lobby sony gezeigt hat den hab ich schon mal gesehen aber in der zweite spiel das war drama bis was anderes schocksteuer er hatte wirklich angst plötzlich findet man überall diese dämonen finanzieller schocker finanzieller schocker ok juri schocker gehört jetzt euch gute arbeit er braucht eine spezielle auf ihn und dieses mal brauchen wir dafür dass er hintergetan bleibt ach ja er hat ziemlich sicher für die dämonenbande gearbeitet dämonenbande oh klingt wieder der hey der bugle ist eine renommierte tageszeitung du meinst wohl Käseblatt hab gehört wir haben da ein paar echt gute reporter egal gibt es noch mehr meldungen über dämonen äh leute mit masken ich erkundige mich übrigens wie sehr hast du dort in der bank randaliert das willst du vermutlich gar nicht wissen uff das frage ich auch ja was fragst du auch juri am nächsten sind noch zwei verdammt na gut schocker war schwer zu knacken mal sehen was in der zwischenzeit in der stadt los war ja mal gucken da wird schon einiges los gewesen dann ja 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 die letzte chance das hier ist auch sehr interessant ach du eben das muss ich machen können ich glaube ich weiß ich schütze mal sich alle fälligkeitspunkte bekomme also ich hoffe sie müssen das finanzviertel sichter sichter lichter und der von kleines verbrechen ist das wenn ich bin ich eingeladen dämonen wenn der vermisst nachricht von dort ich habe einen klagen ihr unbezwingbare hoffentlich klappt es da beschossen werden geht aber ich nicht er für die hilfe meint ihr mit granaten gibt ja wenn ich sie auf entspricht ja eigentlich kein amerikanisch und neuer und scheiß japanisch hier hey bin den berichten nachgegangen über dämonen damit habe ich gerechnet waren recht fleißig diese nacht haben viele von fisk immobilien besucht sie sind hinter fisk her alle achtung denkst du das gleiche wie ich brudelnder bandenkrieg gehen wir der sache auf den grund wurden alle fisk immobilien diese nacht angegriffen mal sehen die patrouille hat aktivitäten an einer seiner werften in fortzeit gemeldet danke juri ich schaue vorbei und wo ist das dahinten gut dann machen wir das vierteln noch ganz kurz fertig hey juri wofür braucht fisk eigentlich die werft keine ahnung ich schicke ein veramten zu dir er heißt jefferson davis das ist sein revier er ist ein guter cop arbeitet schon jahre am fall fisk wenn jemand weiß was an der werft vor sich geht dann er okay naja ich will sogar ganz gern noch das ist noch völlig machen zwei von drei mensch ich werde immer besser und schilder wenn er geht da geht da ein typ also erpiss dich mal aber ganz schnell Geht ihr genauso? Ja, aus dem Block. Sieht nur anders aus. Vielleicht, wenn du ein Schilder handelst, sollst du mir nicht den Rückenzug kehren. Das ist eine dumme Idee. Alter, wirklich. Uns verhalten. Huch, das nenne ich mal Training. Wir sind jetzt über... Wir sind hier... Wir sind hier in der kompletten Stadt, oder was? Ah, die verdammten Dämonen. Die verdammten Dämonen sind in der kompletten Stadt, was ich scheiße finde. Alle Einheiten Einbruch gemeldet. Brauchen Officer vor Ort im Finanzviertel. Lass mich raten von Dämonen. Hier fragt noch. Gut, wir haben das schon mal hinbekommen. Ja. Haben wir schon... So viel erreicht. Hey! Wieso... Fangt der nicht immer... Oh, mein... Mein Normale! Lass die noch existieren. Ich dachte, die werden ausgestorben. Normale Banditen. Ich bin überrascht. Ich bin schon acht Jahre Spider-Man. Und trotzdem gerne überrascht werden. Das ist sehr schön. Glaubt's kaum. Tschüssi. Ich will schon mal wieder... Ihr hört sich jetzt nicht auf dem Dach kämpfen. Da ist die... Wunderflieggefahr gleich hoch. Tschüssi. Oh... So gesehen. Ja, was mich? Nö. Ich muss rüberkommen. Hey! Ich kann mit uns rüber. Warte! Ah! Kommt hier rüber! Ist schon traurig, ne? Fühlt sich mit einer Waffe so sicher. Ich merke dann... Wie kann er uns alle besiegen? Ey, ist es doch nicht. Ach ja. Immer dieses traurigen Schicksal, ne? Was hast du denn dazu? War nix. Kleiner Tipp. Klappt es weder mit aufbrechen noch mit eindringen. Besser Finger weg vom Einbruch. Dämonen... Dämonen... Dämonenverbrechen gibt es jetzt auch noch. Ach so, das ist aber nicht hier oder ist es überall? Das war... Oh, ne. Okay, normalen Schläger-Trupps habe ich jetzt fertig. Aber wir kommen doch Dämonenverbrechen dazu. Scheiße. Die Stadt hört echt nicht auf, ne? Die Stadt hört nicht auf. Es hört nicht auf. Na gut, Leute. Da würde ich sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut setze. Und beim nächsten Mal... Wir haben den Turm jetzt freigeschaltet und... Äh, ich treffe mich jetzt noch nicht mit jemandem. Äh, war ne sehr schöne Season. Äh, locker drüber und speichern. Äh, grundsätzlich anfassen. Genau. Äh, wir haben viel... Äh, wow. Mal nein drücken. Das ist eine gute Idee. Speichern! Nö, ich hasse speichern. Das ist nur scheiße. Ich spiele es mir gerne zweieinhalb Stunden nochmal. Tatsächlich. Ne, ähm, danke fürs Zuschauen. Wir machen dann nächstes Mal hier wohl hier weiter. Erstmal in dem Gebiet. Oh, Alter. Es kommt nicht zum Mond noch dazu. Das sind hart, Leute. Das wird krass. Es wird krass. Aber ich freue mich. Ich hoffe ja auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn sie da ist. Spider-Man! Wir sehen uns. Bis dann. Und hier sind zwei Nebenmissionen. Wir sehen nur einer. Wo ist die zweite? Dann war... Dann kann er weiß es. Na gut. Bis dann. Und tschüss. Hau rein. Goodbye. Bye-bye!